Hier waren wir doch schon eben, ne? Ja, okay, da haben wir den Teil auch abgeschlossen. Und dann gehen wir jetzt irgendwie da hinten. Ah, da müssen wir zu den Typen vorne wieder laufen, wo wir letztes Mal waren. Dann kommen wir da hinten rauf. Munition können wir nochmal mitnehmen. So. Wie kommen wir da hinten? Oh, da hinten ist ein goldener Bolzen. Ich glaube, wir müssen nochmal hinten rumlaufen. Ich kann da nicht raus, Mann. Da gibt es Sandhaie. Wieso sagt er, es sind zwölf versiehene verbliebene Sandhaie hier hinten? Hier haben wir doch alle schon gemacht. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen hier. Hoch mit dir. Stufe in Aufstieg. Ihr habt alle erwischt. Super gemacht. Sehr schön. Kriegen wir dafür jetzt irgendeinen Bonus? Oh. Das war ziemlich cool. Danke für eure Hilfe. Hier ist euer Hoverboard. Wow. Sogar mit Autogramm. Für Ratchet und Clank, den geschildesten Typen, mit denen ich hier auf einem feindlichen Planeten abgehangen habe. Cool. Schaffst du es alleine, ohne Hilfe zu deinem Schiff? Wird schon klappen. Ich glaube allerdings, dass ich nicht am Blackwater City Hoverboard Wettbewerb teilnehmen kann. Voll der Bomber, Kumpel. Hey, das Morg, hallo. Hey, hat einer von euch Kerlchen meinen Agenten gesehen? Ich will ihn nicht hier draußen zurücklassen. Er hat es nicht so mit der Natur. Es ist ganz schön dunkel bei mir heute. Habt ihr auch so ein beschissenes Wetter bei euch? Oh Mann, ich hoffe, diese Verletzung ist nicht das Ende meiner Karriere. Wir müssen doch irgendwie... Da drüben waren wir. Wow! Vielleicht sollte ich versuchen, es mal zu belasten. Au! Oh Mann, das war keine gute Idee. Oh, jetzt haben wir ein Problem, oder? Ja. Scheiße. Shit. Wie kommen wir da rüber? Tyler Smog, ich finde das mega gut, das Spiel. Das macht Spaß. Hey, wie wär's mit einer Aufruf wieder auf Feuer bereit? Wir sollten uns nach Skids Agenten umsehen. Er braucht vielleicht unsere Hilfe. Haben wir auch eine Karte irgendwo? Nee, das war Scherban. Oh ja. Weiß, wir müssen... Wir müssen in die Richtung gucken. Okay. Genau, andere Richtung. Wir müssen gucken, ob wir die Agenten finden. Nee, das Board habe ich noch nicht. Das bekomme ich erst noch. Ja, das Board bekomme ich erst noch. Guck mal. Okay, wir müssen da hinten hin. Okay, wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Wir müssen hier rüber. Dann in die Richtung, ne? Ja. Ja, ich bin auf dem Weg dahin. Das hätten wir eben gerade eigentlich schon absolvieren können. Aber ich habe vergessen, die restlichen Sandhaie da oben zu töten. So, wir sind jetzt hier oben. Wir müssen da runter. Okay, also andere Richtung. Oh! Hier lang. Hier lang. Hier runter. Wenn es runtergehen würde. Okay, warum geht es nicht runter? Hier runter. Kann ich ansonsten da runter springen? Ich weiß halt nicht, ob ich das überlebe. So, wir sind da schon richtig. Wir müssen da vorne hin. Okay. Okay. Ja, Mann. Oh, die hat es kaputt gemacht. Ah, okay. Die sind wieder da. Ah, hier waren wir nicht. Hier sind wir nicht oben gewesen. Wir sind nur an der Seite runtergegangen. Okay. Kein Wunder. Okay. die machen was sie wollen wir können das doch regeln oder aber wir kriegen gleich alles geregelt hier anteil ja wer wenn wir noch mal unsere schöne links wieder hier mag diese waffe haben wir glaube ich auch abschließen ja sehr schön sehr schön so wie anscheinend habe ich gestern durchgespielt ja potenzial plötzlich verkaufen hört mal mein klient und ich sind getrennt worden auf unserem etwas hastigen rückweg zum schiff ich würde ja zu ihm gehen aber hier wimmelt es von sandteilen würdet ihr mir vielleicht helfen es gibt nichts zu befürchten zu hören die sandteile sind beseitigt wunderbar wunderbar ihr zwei hat herz das kann ich verkaufen wir helfen immer gerne ich glaube jetzt ist was aktiviert gleich wir sind euch für eure hilfe sehr dankbar wo geht's denn als nächstes hin zum krankenhaus fürchte ich muss mein bein untersuchen lassen zum krankenhaus das geht kaum schon die ging schon schlechter was machen wir mit deinen sponsoren so langsam krieg das gefühl dass ich dir egal bin oder sowas na schön was ist mit dir rädchen ratchet rädchen dieser infobot gibt dir alle einzelheiten sag einfach dann wonderstar schickt dich es ist wieder so weit der jährliche blackwater city hammerboss wettbewerb auf rilgar sucht ihr nach nervenkitzeln und möchtet eure hause vorführen dann rastlos nach rilgar und erlebt den absoluten kick von macht 3 auf einem raketen betriebenen stück plastik wie spannend ist das rennen hört was unsere früheren champions dazu sagen ich verpasse nie einen blackwater city hammerboss wettbewerb außer im nächsten jahr ach da werde ich es wohl nicht schaffen ich spüre meine zähne nicht ist das normal es gibt geldpreise und polokarten für die gewinner also los kommt nach rilgar und versucht euer glück beim extremsten fortereignis der galaxie und nicht drauf wir haben gerade ein promi gerettet ich schaue mir mal den hammerboss wettbewerb ja machen wir aber erst wir sollten zum schiff zurückkehren will ich darüber das das ist nicht umsonst so abgeschottet das ist nicht umsonst so abgeschottet das ist nicht umsonst so abgeschottet wir holen uns erstmal um äh äh position wie kommen wir denn da rüber oh Hm. da ist eine plattform aber über welche plattform kommen wir dahin an den er das war falsch da kommen wir wieder auf die plattform wir gehen zurück kann man schon irgendwie das hoverboard auswählen oder und andreas müsste uns irgendwie darüber teleportieren ja das können wir auch noch mal nachstrecklich machen wir gucken erstmal ob wir wieder was aufwerten können wir werden mal unseren kollegen hier aufwerten ok bei dem herrn haben wir alles aufgewertet waffenattribute holokarten wirkungsbereich mehr haben wir nicht wir brauchen mehr von diesen kristallen ach so wenn ich die schuhe und so habe ich glaube rilga wäre eine gute wahl komm wir machen mal fliegen mal nach rilga rüber fliegen mal nach rilga rüber und hundertprozentig kommt jetzt wieder ein video ja andreas das kenne ich hmm wie 2 ja Vielen Dank. Vielen Dank.